Das ist Separate Ways, das ist unser CSD-Song von Luke Anthony und der ist heute auch nochmal mit dabei. Kommt raus, Leute! Ein großer Applaus für die Menschen hinter der Veranstaltung, die das wieder möglich gemacht haben. Mit viel Herzblut, Leidenschaft, Weinsamberg und man denkt, hier ist die München 2016 wieder auf die Beine gestellt. Da fehlt mir doch immer. Come on, guys! Come on, guys! Come on, stage! So! Ich möchte euch noch mal ein paar Leuten bedanken, die diese Veranstaltung auch möglich gemacht haben, die ihr nicht gesehen habt. Das ist zum Beispiel unsere Technik, die wirklich geschürftet haben für die ganzen Künstler, die ihr aufgetreten habt. Großen Applaus für unser Technik-Team. Ich glaube, wieder eine tolle Leistung, eine schöne Zusammenarbeit mit euch. Und dann auch ein ganz wichtiger Mensch, die Kollegin fehlt leider schon, weil sie nach Stuttgart musste. Das ist der Marco und die Tanja, die wirkte vorhin ja schon mal gesehen auf der Bühne. Die haben wieder für unsere Gehörlosen übersetzt und mit viel Leidenschaft die Musik hörbar gemacht. Auch hierfür einen ganz, ganz großen Applaus für jedes Jahr sehr beeindruckend für die ihre Zeit. Dann noch mal einen speziellen Dank an den Wolfgang und an den Stefan und an den Kameras. Das werdet ihr dann in den nächsten Tagen und Wochen auf Facebook sehen können. Die haben dieses Jahr mit Saga und Schreibe vier Kameras gedreht, um das hier möglich zu machen. Auch mit ganz viel Einsatz. Wir haben hier hinten ein kleines Fernsehstudio, also beim ZDF geht's nicht besser. Danke an Wolfgang und Stefan. Auf euch einen Applaus, bitte. Und dann noch mal einen Applaus für meine Künstler, die da sind. Luke, a big thank you. He comes from a land downlander. Ein großes Dankeschön an den Mann mit der weitesten Anreise. Thank you so much. It was really entertaining. Thank you for giving us your song for the festival. Thank you. Frau Isondo von den Künstlern, die wir mal vergessen. Nein. Gut, dann. Horst, Horst, where are you? You're hiding. Horst. Ein großer Applaus für Horst. Sie hat sehr viel getanzt im Background. Also ich glaube, nächstes Jahr kommt sie wieder und wird dann Background tanzen. Julian David braucht dann keine Tänzer mehr, keine zwei, sondern nur noch fours. Vielen Dank dafür. Ja, Wilhelmine ist auch noch da. Auch dir nochmal ein großes Dankeschön. Vielen Dank, dass du da warst. Auch dir habt ihr viel Spaß und Freude gemacht. Bloß einen Applaus für sie. Und meine zwei Süßen. Zum zweiten Mal seit letztem Jahr. Kommt mal mit mir nach vorne. Ein Riesenapplaus für Ela Kwerke und Holger Eckmeyer. Die das wieder super moderiert haben. Mit Leidenschaft, Witz und Hingabe, kann man schon sagen. Und du kannst ruhig hierbleiben. Weil es geht nämlich jetzt über zu dir, mein Freund. Es geht jetzt über zu mir. Es geht jetzt über zu dir. Zum dritten Mal nach 2014 arbeiten wir mit deinem Projekt 100% Mensch zusammen. Und wo wir sehr stolz sind. Und danke dafür, dass du die Initialzündung gegeben hast. Das ist wirklich wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Und euer Kampagnen-Song in diesem Jahr, ich sage ja, bildet den Abschluss bei unserem Finale. Und erzähl den Leuten doch mal, wieso, weshalb, warum. Frau Eckmeyer. Also mit anderen Worten wird es jetzt quasi erwartet, dass ich eine Rede rede. Ich soll jetzt eine Rede reden. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust. Ich habe keine Lust, eine Rede zu reden. Ich habe es eigentlich sogar richtig satt, muss ich sagen. Bis wir seit Jahren, seit Jahren stehen meiner, einer und ganz viele andere Menschen auf den CSD-Bühnen in Deutschland. Und wir fordern immer und immer wieder die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtelte Paare. Immer und immer wieder. Und was ist passiert? Bisher nichts. Elfmal. Elfmal hat die Bundesregierung, bestehend aus CDU, CSU und SPD, die Entscheidung über die Öffnung der Ehe verschoben. Sie brauchen noch Bedenkzeit. Ich habe es echt satt, muss ich sagen. Wisst ihr, ich persönlich weiß gar nicht so ganz genau, ob ich überhaupt heiraten will. Also ich persönlich jetzt, weiß ich gar nicht so genau. Aber eines weiß ich ganz sicher. Ich möchte mich nicht für dumm verkaufen lassen. Die CDU, CSU. Die CDU, CSU hat kein merkwürdiges Bauchgefühl. Die CDU, CSU braucht auch keine Bedenkzeit mehr. Die CDU, CSU will die Ehe nicht öffnen. Aber anstatt einfach mal die Wahrheit zu sagen und zu sagen, nein, wir wollen keine Gleichstellung, anstatt einfach mal dazu zu stehen und zu sagen, nein, ein modernes Menschenbild ist uns egal. Nein, uns ist es egal. Uns ist es einfach egal. Wenn wir tief in uns reingucken, empfinden wir gleichgeschlechtliche Liebe immer noch als minderwertig. Uns ist es völlig egal, dass wir Deutschland mittlerweile lächerlich machen, weil wir eines der letzten westlichen Industrieländer sind, die die Ehe noch nicht geöffnet haben. Es ist ihnen völlig egal, dass wir mittlerweile das Schlusslicht sind, dass wir Stück für Stück immer weiter zurückrutschen, wenn es darum geht, eine Gesellschaft aufzubauen, die offen ist, die frei ist, die vielfältig ist, die gleichgestellt ist. Es ist ihnen egal. Ich habe es satt. Ich habe es satt, wenn ich zum Beispiel Gerda Hasselfeld höre, die jetzt laut einer Zeitung in meiner Schulklasse gesagt hat, es gäbe wissenschaftliche Belege dafür, dass Kinder mütterlichen und väterlichen Einfluss brauchen. Wisst ihr, es gibt eine Studie, eine bayerische Studie, die Uni Bamberg hat überprüft, wie es ihn eigentlich ist mit Kindern in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Und was war das Ergebnis? Es gibt keine negativen Unterschiede. Ganz im Gegenteil. Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften haben häufig eine höhere soziale Kompetenz und erkennen Ungerechtigkeit und Diskriminierung viel, viel früher. Die Bundesregierung, CDU, CSU und SPD haben dieselbe Studie in Auftrag gegeben, zum selben Ergebnis bekommen. Es gibt für mich nur zwei Antworten. Entweder ist Gerda Hasselfeld komplett uninformiert oder sie sagt nicht die Wahrheit. Es ist einfach so, wenn einem die Wahrheit nicht passt, wenn man keine Argumente mehr hat, dann verdreht man die Wahrheit halt so lange, bis sie einem passt. Ich habe es einfach nur noch satt. Ich habe es nur noch satt, muss ich sagen. Wenn ich höre, dass die Ehe, dass die CDU sagt, die Ehe dient dem Zweck des Kinderkriegens. So eine Aussage, das ist eine Ohrfeige für alle alleinerziehenden Mütter, für alle alleinerziehenden Väter, für alle Patchwork-Familien, ja und auch für alle Regenbogenfamilien. Es ist ein Schlag ins Gesicht für alle Ehepaare, die sich Kinder wünschen und sie nicht können, nicht bekommen können. Und was ich besonders perfide finde, was ich besonders perfide finde, ist doch ein Schlag ins Gesicht für alle Rentnerinnen und Rentner, die sich entscheiden, ihren Lebensabend gemeinsam zu verbringen. Aber diesen Witz, Ehe ist zum Kinderkriegen da. Diesen Witz wird eine CDU-CSU-Politikerin oder ein Politiker niemals auf einer Rentnerhochzeit erzählen. Das trauen sie sich nicht. Ich habe es einfach nur noch gesagt, wisst ihr, es stimmt, im Grundgesetz steht drinnen, die Ehe und die Familie sollen geschützt werden. Und es ist auch ganz klar, ja, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben damals auch wirklich die Ehe zwischen Mann und Frau gemeint. Und warum? Na klar, weil es dem Geist der Zeit entsprach. Zur gleichen Zeit wurde auch der Paragraf 175 ins Strafgesetzbuch von den Nazis übernommen, der die sexuelle Handlung zwischen zwei Männern unter Strafe stellt. Im gleichen Zeitpunkt wurde auch Ehe als natürlich zwischen Mann und Frau definiert. Wie soll es noch anders sein? Klar, das war der Zeitgeist. Die Paragraf 175, ist man endlich schlau geworden, hat man dann endlich aufgelöst. Die Diskriminierung der Ehe oder in der Ehe, die dem gleichen Geist entspringt, die geht weiter. Und wisst ihr, was ich auch satt habe? Wenn ich diese alten Slogans der SPD lese und höre. Wisst ihr noch? Keine halben Sachen mehr. 100% Gleichstellung jetzt. Kennt ihr das noch? Das war zur Bundestagswahl 2013. Ich zitiere mal. Bei der Bundestagswahl am 22. September entscheidet sich, ob wir auf dem Weg zu einer modernen Gesellschaft weiter vorankommen oder wieder wertvolle Zeit verlieren. Elfmal, elfmal hat sich die SPD entschieden, ihren Worten keine Taten folgen zu lassen. Elfmal hat sich die SPD entschieden, dass sie keine moderne Gesellschaft will. Elfmal hat sich die SPD frei entschieden, dass sie wieder Zeit verschwendet. Und wisst ihr, wessen Zeit? Unsere Zeit. Unsere Zeit. Deine, deine, deine und meine. Elfmal, elfmal hat die SPD sich frei entschieden, uns, den Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgändern, Intersexuellen, Queeren, Asexuellen, Menschen genau zu zeigen, was Unglaubwürdigkeit ist. Elfmal. 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 Ich bin es so leid, immer wieder diese religiösen, konservativen Argumente zu hören, von wegen, die sind ja immer irgendwie biblisch begründet. Es tut mir leid. Die Ehe hat nichts, aber auch gar nichts mit Kirche oder Religion zu tun. Die obligatorische Zivilehe, wie sie heißt, das ist ein Vertrag zwischen dem Staat und zwei sich liebenden Menschen. Der Inhalt ist folgender, wenn es einem der Partnerinnen oder Partner schlecht geht, durch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Pflege, dann springt zuerst der Partner oder die Partnerin ein. Und für dieses Vorsorgeversprechen bekommt das Ehepaar vom Staat ein paar Privilegien. Das hat nichts mit Religion oder Kirche zu tun. Und woran sieht man das? Die Ehe, verdammt nochmal, wird auf dem Standesamt geschlossen und nicht in der Kirche. Wenn es religiös wäre, dann dürften Atheisten nicht heiraten, Agnostika nicht heiraten, Pindus, Brunisten, Pindus und Pastor Paulus dürften nicht heiraten. Aber sie dürfen es. Natürlich dürfen sie es, weil es nichts mit Kirche zu tun hat. Und wenn ich dann höre, oh mein Gott, ja, die können ja vielleicht heiraten, das weiß ich auch nicht, aber adoptieren, nein. Die dürfen auf gar keinen Fall adoptieren. Es wird für viele als ein Schock kommen. Wir dürfen schon längst adoptieren. Gleichgeschlechtliche Paare dürfen seit vielen Jahren adoptieren. Nun leider nicht gleichzeitig. Nein, nacheinander. Erste eine, dann die andere. Das heißt zweimal Gerichtskosten, zweimal den Anwalt, zweimal die Behörden, zweimal der psychologische Stress für die Eltern und die Kinder. Warum? Wisst ihr, die Bundesregierung schmeißt jedes Jahr Millionen, nicht raus, aber sie gibt unheimlich viel Geld aus, um Kinder in Pflegefamilien, in gleichgeschlechtlichen Pflegefamilien unterzubringen. Für Pflegefamilien sind wir gut genug. Aber wenn es um die Adoption geht, dann nicht. Und es heißt immer, es ist ja alles so zum Besten der Kinder. Das Beste für die Kinder wäre Rechtssicherheit, Zukunftssicherheit. Und das ist nur gewährleistet durch eine Adoption. Liebe CDU und CSU, liebe SPD, das wäre konservativ. Das wäre christlich. Ich habe es so satt, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wisst ihr, seit Jahren, seit Jahren demonstrieren wir. Wir sind laut, wir gehen auf die Straße, wir machen Petitionen, wir singen Lieder, wir machen wirklich alles. Geschehen ist nichts. Wir brauchen Hilfe. Liebe Heterosexuellen auf dem Platz, wo seid ihr? Meldet euch bitte mal. Wo sind die Heterosexuellen auf dem Platz? Wir brauchen euch. Geht hinaus. Das ist unsere allergroße Bitte. Geht hinaus. Sprecht mit euren Freundinnen. Sprecht mit euren Freunden, mit euren Arbeitgebern, mit euren Familien. Löst endlich dieses Missverständlich auf. Auch die Homo-Ehe existiert nicht. Nicht, wir dürfen nicht heiraten. Wir haben alle Pflichten geerbt, aber nicht alle Rechte. Geht raus. Wenn ihr Politikerinnen und Politiker seht, sprecht sie an, nadelt sie fest, quetscht sie so lange aus, bis sie endlich ihre wahre Haltung zeigen. Und mit ihrer Haltung auch zeigen, was für ein Gesellschaftsbild sie haben. Und macht ihnen klar, dass ihre Haltung auch wahrentscheidend ist. Und ganz besonders, wenn ihr mit Politikerinnen und Politiker der SPD sprecht, nagelt sie fest. Sagt ihnen, dass sie jetzt die Chance haben. Sie haben jetzt ein Stück weit die Möglichkeit, ein kleines bisschen Glaubwürdigkeit zurückzubekommen. Und zwar jetzt. Und nicht erst zur Bundestagswahl, sondern jetzt. Bitte, liebe heterosexuellen Menschen, wir brauchen euch. Und wir sind so dankbar und so glücklich, dass ihr heute hier beim CST München, hier auf dem Marienplatz, an unserer Seite steht. Dankeschön an all die vielen heterosexuellen Freundinnen und Freunde, die uns helfen unterstützen. Dankeschön. Und was werden wir in der Zwischenzeit machen? Wir werden weiter demonstrieren, wir werden weiter argumentieren, wir werden weiter unsere Lieder singen. Wir werden weiter unsere Liebe feiern. Eine Liebe, die nicht besser ist, eine Liebe, die nicht schlechter ist, eine Liebe, die genau gleichwertig ist. Liebe ist Liebe, Verantwortung ist Verantwortung, Ehe ist Ehe. Und das werden wir feiern. Denn wir, wir sind Mensch. Und das zu 100 Prozent. Alles, was ich heute, steht vor mir. Okay, Mönchchen, jetzt geht's los! Du bist die Kirchenschlacht am Morgen, bist der Streiter nach dem Tag. Du bist das Ende meiner Sorgen, so wagen, dass ich war. Du bist der Welt, denn meine letzte Schrank zerfällt. Du hättest mich gefangen und machst mich frei. Du bist die Kirchenschlacht am Morgen. Du hörst mir die Ohren zu, wenn ich schrei. Ich sage ja, ich sage ja. Zu dir in unserem Leben sage ja. Wir leben alles leben, sage ja. Wir sind alle die Schreien, ich sag ja, ich sag ja, ich sag ja, ich sag das von Mersen, ja. Du bist der Wind von der Geige, meine Hand von Sinfonien, du bist das Lachen und das Schwein, und das ist die Knie in meinen Augen. Du willst immer da sein. Du hältst mich gefangen und machst mich frei. Du hältst mir die Ohren zu, wenn ich schrei. Ich sag ja, ich sag ja, zu dir und unserem Leben, sag ja, will ich dir immer das geben, sag ja, wir sind alle die Schreien, ich sag ja, ich sag ja, ich sag ja, ich sag ja, ich sag das von Mersen. Ich sag ja, 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 Wir sagen Wünsche! Vielen Dank an unsere Gesinner am Ende. Helga, Ellie, Elia Knoppel, Wilhelmine, Volga Altmaier, und Special Dancing in the Background, Morris! Vielen, vielen Dank! Und ich muss noch ganz kurz, ich hab vorhin noch einen vergessen, der hat uns nämlich hier versteckt, doch, ein kleines Dankeschön nochmal an Julian David, der vorhin den Marienplatz geraten hat. Vielen Dank, dass du da bist! Mir ja gar nicht! Ich möchte, ich möchte euch eine kurze Sache sagen, ich komme zu meinem Heer nach euch hier, so mit der Tunis. Ich bitte euch um eine Sache, schaut euch bitte mal kurz um. Schaut euch, kommt bei Dichter zusammen, nehmt ihr bei den Händen und schaut euch einfach mal um. Auf diesem Platz. Hier stehen ältere Menschen, hier stehen jüngere Menschen. Hier stehen Menschen mit heller Haut, hier stehen Menschen mit dunkler Haut, mit bemalter Haut, hier stehen Frauen, Männer und alle Farben des Geschlechterregenbogens. Hier stehen Atheisten, Agnostiker, Christen, Muslimer, Jüdinnen, Pastor Feins, Buddhisten, Hindus. Wir stehen schwungen, wir stehen Lesben, Polisexuelle, Pansexuelle, Bisexuelle, Asexuelle, alle sind sie hier. Schaut euch um! Das kann uns niemand nehmen. Wir lassen uns nicht spalten, wir lassen uns nicht spalten von irgendwelchen redpopulistischen Hetzern, wie der Eulenkelle oder der Weber Förde oder der Eulen Storch. Wir sind hier! Das hier ist eine Form von Gesellschaft, die wir eigentlich haben wollen. Offen, frei, gleichberechtigt und vielfältig. Was wählen wir das für eine wundervolle Welt? 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 Es kommt, dass wir die Wundervolle wären, wir sehen, dass wir die Wundervolle ebenfalls wuhten, ja noch nicht nur ein ein gutes Wundervolle Vampire. were wir aus unserer damaligen Chemie? Für die das d 예쁘kam, Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 I see trees of green, red roses too, I see the blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Vielen, vielen, vielen Dank. So, das war's wirklich. Das war's mit dem CSN 2016. Wir bedanken euch ganz herzlich bei euch.